Jahrelange Erfahrung und intensive Marktkenntnis, Spitzentechnologie und zweckmäßige Einfachheit, kundenorientierte Flexibilität, größtmögliche Sicherheit und Zuverlässigkeit. Stecken Sie all dies in eine hydraulische Hubladebühne, geben Sie hier noch den grenzüberschreitenden Service eines internationalen Marktführers hinzu und Sie erhalten Dolandia. Das überzeugende Know-how von Dolandia ist das Ergebnis der jahrzehntelangen Erfahrung als Hersteller von Hubladebühnen. Diese Fachkenntnis wird ständig weiterentwickelt und in den vier europäischen Produktionszentren täglich erfolgreich umgesetzt. Mithilfe modernster Technologien bauen dort Spezialisten Hubladebühnen, die allen Anforderungen einer Qualitätsmarke entsprechen. Dolandia ist heute einer der größten europäischen Hubladebühnenhersteller. Das schon sehr umfangreiche Sortiment an Standardprodukten wird kontinuierlich um maßgeschneiderte Kundenlösungen erweitert. Die Kundenwünsche sind Dolandia sehr wichtig und stehen deshalb immer im Vordergrund. Bereits bei der Entwicklung legt Dolandia Wert auf intelligente Einfachheit und eine vernünftige Dimensionierung von Hubkraft im Verhältnis zum Eigengewicht. Wichtige Baugruppen sind die elektrische Steuerung ohne anfällige elektronische Komponenten und das kompakte Hydraulikaggregat, das für Wartungsarbeiten leicht zugänglich ist. Hierdurch beweist sich täglich die außerordentliche Produktzuverlässigkeit. Mehr als 90% aller hydraulischen, elektrischen und mechanischen Komponenten werden von Dolandia selbst hergestellt. Dies ermöglicht die übergreifende Qualitätssicherung und neue Ideen können schnell und flexibel in die Tat umgesetzt werden. Dadurch ist Dolandia in der Lage, diese breite Palette an Produkten mit Hubkräften von 300 bis 16.000 Kilogramm zu produzieren. Die Qualität der Dolandia Hubladebühnen beweist sich durch die sehr gute Verarbeitung. Hochwertige Materialien wie hartverchromter Edelstahl für die Kolbenstangen und ein hervorragender Korrosionsschutz der wichtigsten Stahlkomponenten durch Protection Plus garantieren eine lange Lebensdauer. Die nachhaltige Arbeitsweise von Dolandia zeigt sich auch in einer aktiven Umweltschutzpolitik. Unter anderem durch den Einsatz grüner Energie, die konsequente Verwendung der besten verfügbaren Technologien für die Abwasseraufbereitung und durch die bewusste Reduzierung von Verpackungsabfällen. Die von uns produzierten Hubladebühnen gehen in alle Welt. Dennoch ist Dolandia nie weit weg. Mit Vertretungen in über 40 Ländern bietet Dolandia professionelle Unterstützung. Von der Beratung beim Kauf, Überschulungen, Lieferung von Ersatzteilen, Wartung und Reparatur bis zur Hilfe vor Ort. Dolandia Hubladebühnen sind serienmäßig in allen gängigen Ausführungen sowie in vielen Abmessungen erhältlich und können überdies für Spezialanwendungen maßgefertigt werden. Sie zeichnen sich durch unterschiedliche technische Eigenschaften und Hubkräfte aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei all ihren Varianten haben die Hubladebühnen von Dolandia doch eines gemeinsam. Sie entsprechen allen geltenden Richtlinien, setzten Maßstäbe in Bezug auf Sicherheit und gehören zu den leistungsfähigsten Produkten auf dem Markt. Dolandia ist ein dynamischer Partner, der in der schnellen Welt der Transportindustrie zu Hause ist. Mit diesem unübertroffenen Sortiment von Spitzenprodukten bietet Dolandia zuverlässige Lösungen für praktisch jeden Hubladebühnenbedarf.